hallo und willkommen zurück zu einem weiteren easy platin game das spiel heißt organic engine ist genauso aufgebaut wie die ganzen anderen engine spiele alien windmiles also wir müssen alles komplett upgraden und eine billion coins haben für die platin trophäe ist auch günstig um es dort zu haben und ist eine recht schnelle platin sache hier wir machen das alles wieder auf express mode da geht es natürlich schneller ist natürlich jetzt wieder ein bisschen lauter so irgendwie ploppen gerade die trophäen nicht auf warum auch immer und versuchen bevor wir die eine million fertig haben alles abzugraden weil sonst fangen wir wieder von vorne an so ja und wenn wir dann alles hier geupgradet haben auf 100% und die eine million fertig haben das sieht man hier auch schon das ist fettig haben und die platin erscheint wir haben sogar noch unter drei minuten geschafft wunderbar gut dann würde ich sagen dann sehen wir uns beim nächsten riesen platin wieder bis dahin tschau tschau tschau